Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters. Ich habe in der letzten Zeit, wo ich mich aufgenommen habe, ein bisschen im Internet gestöbert und ich habe gesehen, Hallo, es gibt ja Shader. Oder eher gesagt, habe ich mir die Shader angeguckt und ich fand ein paar ganz nützlich. Und deshalb habe ich jetzt einen Shader drauf gemacht. Und zwar, äh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Redstone Furens nehmen. Redstone Furens nehmen. Äh. Achso, ja, ich habe mir ein paar... ...äh, einen Shader drauf gemacht und ich werde den auch gleich zeigen. Allerdings erst, wenn ich den Redstone Furens finde, den ich gerade nicht finde. Warum, weiß ich nicht. Redstone. Nein. Nein. Da. Gut. Okay, Brick und Kappa Gear. Habe ich ja alles dabei. Mir fehlen nur noch die Bricks und die Bricks kann ich ganz schnell machen. Allerdings brauche ich davon noch zwei. Die Frage ist, ob hier noch was drin ist. Nein, ist es nicht. Und hier ist auch nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Hier ist... So, ähm... Oh, war dann gerade der Grafikseller? Also der Shader, das ist der... ...Soys V10 Standard Saver. Äh, Shader. Ähm, ich muss jetzt leider auch die Welt... ...die Welteinstellung ein bisschen anpassen, denn... ...in den ganz so hohen Qualitätseinstellungen wie sonst ging es leider nicht. Und ich sehe auch gerade, ich habe Grafikfehler. Aber sonst muss ich sagen... ...sieht das mal richtig, richtig gut aus. Ich weiß nicht warum, aber es sieht so richtig... ...also ich weiß warum, aber, ähm... ...ich meine auch, es sieht richtig genial aus, was die hier... ...die Entwickler auf die Beine gestellt haben. Ich möchte hier mal ein dickes Lob auf die Seite sprechen. So. Das kam nach da oben. Nein, so rum ging es. Und ich habe das Glas vergessen. Ah, hier ist Glas drin. Gut. So, Redstone Furens. Da. Nein, 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 nein. Boah. Da. Ah, Redstone kommt oben drauf. Okay. Dann haben wir das ja auch. Machine Block. Die beiden drauf mit dir. Und das. So. Und wir haben einen Redstone Furens. So, den Redstone Furens brauchen wir... ...für... ...unser Leder. Da wir jetzt umziehen wollen. Wollen. What a flash. Ähm. Ja. Wie macht man das? Puh. Smelt thing using Redstone Flux. It uses very little energy to cook food. Let's then control her food. Requires Redstone Flux to operate. Super. Was ist Redstone Flux? Oder Flux. X. Okay. Und... Nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt... ... ... ... nicht benutzen kann, weil ich keinen Redstone Flux habe. Super. Okay. Da haben wir ein unnötiges Teil gebaut. Das bedeutet... ... ... ich mach das Ganze jetzt so. Denn... ... ... das geht jetzt so langsam richtig auf den Geist, ... dass wir die ganze Zeit hier sind, obwohl wir schon längst da hinten sein sollten. Von mir aus zumindest. Äh... ... Rotten Flux. Hier rein mit dir. So. Was wollte ich machen? Ich wollte... ... ... ... ... ... Ich könnte noch mal kurz rausgehen und versuchen ein paar Kühe zu holen. Denn mir fehlen ja noch... Wie viel Leder waren das? Boah, wo hab ich das jetzt hingesteckt? Das, 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 das. Nein. 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 Und hier war es auch nicht drin. Super. Wo hab ich denn jetzt mein Leder hingesteckt? Hab ich's gerade hier reingetan? Warte mal, ich hatte das doch zu den Inksecks gepackt. Und die Inksecks hab ich doch... Ach da. Genau, mir fehlten noch... Ähm... Ich brauchte 83 Leder. Gut, dann, äh... Gucken wir jetzt, halten wir jetzt nach grünen Ausschau. Und ich hab hier letztes Mal ein richtig... Äh... Äh... Was richtig Intelligentes gemacht, denn ich habe... Hier unten meine... Oh, die ist wieder zurückgekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Denn ich dachte, ich müsste die jetzt hier irgendwo rausholen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich hab letztes Mal meine Query hier einfach abgestellt, ohne nach der zu gucken. Das ist, ähm... Ja. Eine geniale Sache von mir gewesen. Naja. Sie ist auf jeden Fall da. Und ich habe Fackeln dabei. Das ist gut, denn diese Shader bewirken dummerweise auch, dass es ziemlich dunkel wird. Und... Dass mein Unterwasser so gut wie gar nichts sieht. Ja, da ist nicht mehr viel. Gut. Achso, die ist zurückgekommen, weil die wahrscheinlich kein... Ah, das Wasser... Das Wasser geht mir auf den Geist. So. Ja, es geht mir ziemlich viel inzwischen auf den Geist. Hm. Gut gemacht. Die sagt nichts, weil die weg ist. Genau. Und, ähm... Wahrscheinlich, weil die kein... Eimer... Da ist der Eimer für das Ding. So. Ich werde einfach mal... Okay. Vielleicht werde ich zum Farmen einfach mal die Shader rausmachen, denn das ist doch etwas... Ziemlich dunkel. Hier in der Welt. Zum Farmen. Ähm... Genau. Ich brauche Kohle. Ich weiß jetzt gerade nicht warum, aber ich glaube, ich brauche Kohle. Ähm... Ja, mein Gehirn hat schon bessere Zeiten gesehen. So, Kohle hemmt euch. Hemmt ihr eigentlich. Aber egal. Denn... Ich muss ja auch das ganze Eisen schmelzen, aber dafür brauche ich ja eigentlich Lava, weil ich das hier damit machen möchte. Aber ich muss ja, wie ich gesehen habe, was jetzt ziemlich kompliziert ist, von mir zum Erklären. Ich habe nämlich bei meiner Smeltery, die ich bauen wollte, direkt alles in dieses komische, in diese Bricks umgewandelt, aber ich bräuchte eigentlich noch andere Sachen. Und das kann ich ganz leicht erklären, weil ich nämlich all etwas auf F9 gelegt habe. Und das sollte nicht auf F9 liegen. Okay. 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 Kontrollen, F12, F4. Ah, F4 habe ich ja extra dahin gelegt. Egal. Ähm... F7, glaube ich. Nein. F8? Nein. F12? Nein. Okay. Das liegt auf F9, auf jeden Fall. Und F9 ist normalerweise die Aufnahmetaste für Fraps. Also habe ich jetzt die ganze Zeit diese schönen Striche in der Landschaft. Obwohl... Äh... Dann... Jetzt nicht mehr. Super. So. Ähm... Genau. Die Frage ist, haben wir jetzt noch genug Gravel? Nein, haben wir nicht. Also, Gravel farmen. Heute ist es aber auch ein bisschen hektisch, die ganze Folge. Finde ich zumindest. Wahrscheinlich, weil es auch so ist. Hier ist ja jede Menge, das ist super. Nämlich steckt das hier. Komm, schön, immer weiter, perfekt. So, hoch mit dir und die Reihe auch noch und dann war es das. So. Äh... Es sieht so geil aus eigentlich, nur wenn hier diese Mod am Laufen ist. Finde ich. Das Problem ist nur, dass es ziemlich schnell, ziemlich dunkel wird. Naja, dafür haben wir ein Bett, um das Ganze wieder umzuändern. Und schon wieder ist es hell. Super. So, Gravel... Klee und... Klee und... Klee und... was das. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020